Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LP hin dran und wir fahren fort mit Let's Play. Wo ist der Weltraumpirat? Kannst du als Metroid Prime? Ach, ich hab nicht gehört. Remastered. So. Aha. Ich glaub, die haben wir noch nicht gescannt. So. Wusste ich, das hab ich noch im Kopf. Dass der auftaucht. Typus Eisbeampirat. Weltraumpirat mit Eisbeam-Ausrüstung. Den Weltraumpiraten ist es gelungen, einige Waffentechniken der Toso-Entwicklung nachzubauen. Zu diesen Techniken gehört der Eisbeam. Aufgrund von Konzeptionsmängeln ist der Eisbeam-Pirat sehr empfindlich gegenüber seinem eigenen Waffensystem. Seine Bewaffnung ist im Vergleich zu dem Original des Toso-Entwicklung als minderwertig einzutufen. Dennoch ist die Kraft, diese Waffe nicht zu unterschätzen. So. Super. Naja, das hatte ich noch im Kopf, dass der hier auftaucht. Und noch einer. Gebt mir eure Energie, ihr Hund. Da oben bist du. Komm, stell dich mir. Wir verlieren zu viele Energietanks. Ich habe... ...ein ungutes Gefühl. So. Jetzt haben wir alle hier umgenietet. Wisst ihr, was das bedeutet, Leute? Es ist Zeit zum Lesen. So. Wir fangen dabei aber erstmal unten an. Na gut, das haben wir schon gelesen. Jetzt haben wir hier noch ein paar Monitore. Wo fangen wir hier an mit dem gelben? Missbrauchte Elite-Nährlösung durch Elite-Fremde-Einheiten strengstens untersagt. Verstoß gegen diese Anordnung zieht eine 50-prozentige Kürzung der Verpflegung für die Dauer eines Dicker-Zyklus nach sich. Besserfeiteres tritt Sicherheitsstufe Tau in Kraft. Sämtliche Beurlaubungen sind vorerst ausgesetzt. Die Weltrund-Piraten haben wohl Urlaub. Okay. Lebensform Samus Aran setzt den Sturm auf unsere Anlagen auf Talent 4 fort. Zahlreiche Bereiche melden Sicherheitsverletzungen. Die Opferzahlen nehmen stark zu. Das Kommando hat eine beträchtliche Prämie auf Ergreifung oder Ausschaltung von Aran ausgesetzt. Weitere Einzelheiten sind beim zuständigen Offizier zu erfragen. Und das kommt in unser Logbuch. Verschlüsselte Daten Eintrag 11.222.8 Das Wissenschaftsteam versucht, Samus Arans Waffentechnik zu rekonstruieren. Dazu sollen Daten ausgewertet werden, die wir während des Angriffs gegen unsere Truppen sammeln konnten. Die Fortschritte sind spärlich, aber dennoch geht es voran. Die Idee, diese Waffentechnik gegen Aran selbst zu verwenden, stieß beim Kommando übrigens auf einhellige Zustimmung. Schon binnen drei Zeitzyklen dürften wir über Prototypen mit Beam-Waffentechnik verfügen. Arans Power-Soup-Technik hingegen gibt uns weiter ein unlösbarer Rätsel auf. Im besonderen Maße gilt dies für die Morphball-Technik. Sämtliche Versuche, sie zu reproduzieren, endeten in einer Katastrophe. Vier Testobjekte erlitten etliche Knochenbrüche und Quetschungen, nachdem sie unsere Morphball-Prototypen in Betrieb nahmen. Das Wissenschaftsteam traf daraufhin die vernünftige Entscheidung, sich vorerst anderen Entwicklungen zu widmen. Tja, wie genau der Morphball funktioniert, keine Ahnung. Samus tut es nicht weh und die Piraten, tja. Haben es versucht. Bottich mit Phasor-Nährlösung. Aufbereitung von Elite-Piraten-Nahrung schreitet voran. Ja, juhu, radioaktives Essen. Gut, da ist die Tür. So, jetzt gehen wir nach oben. Ich mag den Bereich immer noch nicht, aber wenigstens machen wir gute Fortschritte. Begutachtung der Plasma-Artillerie-Kanonen ist abgeschlossen. Die Waffen sind intakt, aber dennoch wurde ein Schwachpunkt entdeckt. Die thermale Abschirmung einiger unterer Bauteilgruppen besitzt eine starke Wärmeabstrahlung. Dadurch wird Gegner mit speziellem Sichtgerät die Zielerfassung vereinfacht. Zum Beispiel uns. Hehe. So. Sicherheitsalarm, unautorisierter Zugriff auf Computersysteme. Lebensform Samus Aran ist in unsere Systeme eingedrungen. Der Jäger verfügt offenbar über freien Zugriff auf unsere Terminals und ist ferner in der Lage, unsere Sicherheitsprogramme zu umgehen. Nach Möglichkeit fortan manuelle Verriegelungen zur Sicherung der Systeme einsetzen. Tja, wir sind ganz gut darin. Die Anfrage bezüglich eines Transfers von Elite-Piraten zu den Sicherheitskräften wurde entsprochen. Einheiten EPG 8644 und EPG 8656 sind auf Einsatz vorzubereiten. Also das war wohl einer davon. Aggressionsbereitschaft der Talon-Metraids nimmt zu. Hiermit wird vor Ausbruchsversuchen der Talon-Metraids aus den Quarantäne-Bereichen gewarnt. Noch sind sie nicht fähig, mit Hilfe ihrer Energieabsorbierung die Kraftfelder zu durchbrechen. In Anbetracht der anhaltenden Bestrahlung mit Phasern muss sie jedoch damit gerechnet werden, dass sich das ändern könnte. Ja, Energieabschirmung für ein Wesen, das Energie frisst. Ne? Ist ja ganz, ganz klug. Berichte über das Vorgehen des Jägers liegen vor. Der Analyse zufolge setzt der Jäger seine Morph-Ball-Technik ein, um in unsere Anlagen einzudringen. Eine Neukalibrierung der Sensoren ist erforderlich, um nach spezifischen Energiemustern des Morph-Balls zu suchen. Tja. Wäre euch das vielleicht früher eingefallen... Hättet ihr mehr Fortschritte gemacht? Oh! Auch ein bisschen Energie, auch sehr schön. Ein paar, ähm... Hier. Missiles. Umrüstung der Standard-Türpanzerung schreitet voran. Sämtliche Stahlpanzerungen werden noch innerhalb von zwei Dekazyklen durch solche aus Kodit und Benditium ersetzt. Also... Ne, Benditium ist zwar noch ein bisschen blöd, aber... Planetare Tarntechnik befindet sich wieder im Einsatz. Wir konnten eine Entdeckung durch den Kampfkreuzer Ammons verhindern. Die durch den Absturz unserer Fregatte verursachte kurzzeitige Sicherheitslücke könnte somit wieder geschlossen werden. Nun können wir unser Augenmerk auf den Jäger konzentrieren. Lassen wir. Faison-Anteil bei der Elite-Pirate-Versorgung auf 18% erhöhen. Wirkliche Anzeichen von Faison-Abstoßungen bei den Eliten sind umgehend zu melden. Und das ist wieder wichtig. So, Eintrag 11.664.2 Im Bereich der Tozo-Ruinen haben sich zahlreiche Vorfälle ereignet, bei denen Spektralerscheinungen gesichtet wurden. Mehrfach wurde Personal von diesen Tozo-Geistern angegriffen und nur wenige überlebten die Angriffe. Die überlebenden berichten von schnellen Angriffen aus keiner bestimmbaren Richtung, kurzen Sichtkontakten und plötzlichen Verschwinden und unmittelbar darauf folgenden Attacken nach gleichem Muster. Das Wissenschaftsteam geht davon aus, dass diese Attacken eine Reaktion auf unsere Anstrengungen darstellen, die Relikte der Tozo und deren Artefakte zu ergründen. Auf irgendeine Weise sind diese Wesen in der Lage, mit der physischen Welt zu interagieren. Es hat den Anschein, als wollten sie die Artefakte für sich bewahren. Wir werden sie für diese Arroganz teuer bezahlen lassen, denn selbst Geisterwesen können vernichtet werden. Ne? Heldraum-Piraten sind halt Kacke. So, Eintrag 11.377.1 Die Analyse der verwunschenen Ruinen und des nahegelegenen schwebenden Tempels der Tozo schreitet woran. Mittlerweile sind wir überzeugt, dass das Einschlussfeld, welches uns am Zugang zum Krater hindert, mit dem zum Tempel zu gehörigen Artefakten in Verbindung steht. Doch bei der Lokalisierung dieser Objekte, sowie der Entschlüsselung der Rätsel, die auf fast jeder Wand dieser riesigen Ruine zu stehen scheinen, treten wir auf der Stelle. Der Druck von Seiten des Kommandos bezüglich einer Lösung dieser Probleme wird zunehmend größer. Wir müssen unsere Anstrengungen in dieser Angelegenheit nochmals verdoppeln. X-Ray-Schwadrohnen werden in einigen Tagen damit beginnen, Gebiete zu durchkämmen. Bis dahin sind sämtliche Volk-Patrouillen angehalten, jegliche Art architektonischen Besonderheiten ihren zuständigen Kommandanten zu berichten. Tja, ihr seid einfach nicht smart genug, die Rätsel zu lösen. So, ach. Das ist schon ein kleines bisschen besser. Was haben wir denn da noch? Rekonfigurierung der Sicherheitsdrohnen genehmigt. In missionskritischen Bereichen sind umgehend Drohnen einzusetzen. Sicherheitskräfte erbitten Stationierung von Elite-Piraten im Quarantäne-Bereich der Metroids. Die hohen Opferzahlen bei den in den Metroid-Gebieten eingesetzten Standard-Truppen sind nicht akzeptabel. Also es ist nicht gut, dass es so viele Opfer gibt, aber... Na, gut. Ernte von Faison angereicherten Pilzen schreitet voran. Austausch der üblichen pflanzlichen Bestandteile in der Elite-Piraten-Nahrung mit Faison angereicherten Pilzfleisch sind genehmigt worden. Das war gerade ein bisschen gelegt, hatte ich das Gefühl. So. Eintrag 11.440.4 Die Ergebnisse der Studien an der wahrscheinlich ausgestorbenen Gattung der Chozo liegen nun vor. Demnach nehmen wir an, dass Talon 4 einst der Mittelpunkt eines weitläufigen Chozo-Imperiums war, welches einen Meteoriteneinschlag zum Niedergang brachte. Die sich anschließende Umweltkatastrophe auf planetarem Niveau läutete das Ende der Chozo ein. Gewiss überrasse ihre Zivilisationen haben die seit der vergangenen Zeit überdauert. Wir untersuchen diese Relikte und versuchen ihre Kräfte für uns nutzbar zu machen. Was uns dabei nicht weiterführt, wird vernichtet. Schon bald sollten wir alles Verwertbare von dieser Totenzivilisation erbeutet haben und dann werden wir diesen Planeten von den hässlichen Ruinen säubern. Die Toten sollten den Lebenden dienen und sie nicht behindern. Ja, die Arroganz der Weltraumpiraten ist unverkennbar. So. Eintrag 11.452.8 Wenn gleich uns jegliche Anhaltspunkte fehlen, um die Artefakte der Chozo aufzuspüren, sind wir doch zu einer annehmbaren Erklärung bezüglich ihrer Funktionsweise gekommen. Jedes einzelne Artefakt scheint zu einer der Statuen auf der Terrasse dieses Tempels zu gehören und als eine Art Teilschlüssel für einen Mechanismus zu fungieren, der den Einschlagskrater versiegelt. Der Anzahl der Statuen nach zu urteilen, muss es zwölf Artefakte geben. Wenn es uns gelingt, diese zwölf Artefakte aufzuspüren, werden wir sie dort hinüberführen. Durch die Vereinigung der Objekte mit den Statuen... Ach verdammt. Mit den Statuen sollte sich das Siegel letzten Endes doch noch öffnen lassen. Gelingt uns das, so haben wir vollen Zugriff auf den Einschlagskrater. Mentsam der Kreatur, die er beherbergt. Und hoffentlich der letzte... Never mind. So. Kraftfeld außer Betrieb, okay. Gut, das ist denn wohl der hoffentlich letzte Text. Eintrag 11.402.5 Abermals sehen wir uns einem unlösbaren Mysterium gegenüber. Wir werden niemals den Verbleib der Toso-Artefakte klären, weil wir nicht in der Lage sind, zuvor die Inschriften der Statuen dieses abstoßenden Tempels zu entschlüsseln. Unsere Sprachdatenbanken sind völlig unzureichend und die Sprachanalytiker sind nicht in der Lage, mehr als vage Theorien aufzustellen. Uns bleibt momentan nur die Hypothese, dass zum Aufwinden der Artefakte gewisse Objekte erforderlich sein müssen, die in einem spirituellen Zusammenhang mit der Zivilisation der Toso stehen. Ohne diese Objekte sind unsere Vorhaben zum Scheitern verurteilt. Das Kommando wird von Tag zu Tag ungeduldiger. Wir sind gezwungen, möglichst bald Fortschritte vorweisen zu können. Tja, Samos kann halt die Sprache der Toso und ihr, ihr Spaten nicht. So. Jetzt will ich erstmal gucken, was unten, woher der Weg unten hinführt. Ah, da kommen wir nicht weiter. Ich glaube, das ist mit Bendetium versperrt. Ja, gut, da kommen wir nicht weiter. Dann brauchen wir die Powerpomben für... Dann heißt es, durch die obere Tür. Euch aber erinnert ja Gründe, warum die Faison-Minen so schwierig und halt uncool sind. Ist der Fakt, dass es eigentlich fast keine Speicherstationen hat, bis man ein gewisses Item bekommt. Und das macht das natürlich ungemein schwieriger, wenn man hier nicht mit genügend Energietanks und derartigem hinkommt. So. Was war denn hier wieder die... Äh, Bendetium. Das Gebläse läuft mit minimaler Auslastung. Aktivierung des Ventilationssystems erfreue, die maximale Leistungsniveau zu erzielen. Genau, hier kommen wir erst mal nicht zurück. Poison Gas detected. Ah, wir sind bald da. So. Haben wir zum Lesen. Medoids der ersten Versuchsreihe sind zu Jäger-Tierenhahn gereift. Beim Jäger-Metroid ist besonders auf seinen Tentakel zu achten. Sie befähigen ihn zu einem Angriff aus der Entfernung. Dieses Verhaltensmuster steht im Gegensatz zum ausgeprägten Nahkampfverhalten der Juvenilen-Metroids. Stark gestiegene Gewaltbereitschaft bei den jüngsten Elite-Pirateinheiten. Paison-Anteil in der Nahrung wird um 0,07% gemäß der Anordnung des wissenschaftlichen Teams reduziert. Metroid-Aktivitäten in den normalen Temperaturen-Bereichen nehmen zu. Oh, sonst noch was zu lesen da. Äckliche Benutzung des Magnetschien-Systems bedarf der Zustimmung des Sicherheitskommandos. Metroid zeigen keine Reaktion auf synthetische Ernährungsmethoden. Dies veranlasst uns zu der Annahme, dass sie ausschließlich eine Ernährung durch lebende Organismen akzeptieren. Ja, dafür wurden sie auch gezüchtet, also von dem her. Hm, war hier einer von denen? Ja, oder? Das waren zwei. Den von der Seite habe ich vergessen. Aua. Das hat mich wieder viel zu viel Leben gekostet. Und unten sind... Eigentlich wollte ich nicht runterfallen. Eigentlich wollte ich von oben ein bisschen ballern, aber das ist... Das ist komplett in Ordnung. Das war Teil des Plans. Euch in Sicherheit zu wiegen, dass ich hier alles unter Kontrolle habe. Ich hasse diese Typen. Okay, einer ist tot. Zwei sind tot. Ich muss bloß nicht von dem Typen erwischen lassen. Ach, und alle drei sind tot. Die Energietanks, das ist nicht gut. Oui, das ist ja echt der Lesepart heute. Boah. Ich lese mir noch meine Zunge fusselig. Identifikationsgut EPG 8701, Reihe 1. Eins. EPG 8702, Reihe 1. Das werden erst mal die Tür hier aufmachen. Oh, da ist ja noch einer. Queer biologischer Behälter beschädigt. Umgehende Wartung erforderlich. Tja, ich hoffe, der verreckt. Bewegbare Truppen umgehen beim Sicherheitskommando der Mine melden. Ich muss ja vorstellen, jedes Mal, wenn Samus irgendwo hingeht, wo Weltraumpiraten sind, das war nur Alarm! Hilfe! Und so weiter und so fort. So. Alle Lufteinheiten unverzüglich zusammenziehen. Ab sofort gilt Flugformation Sigma 4. Bomberpatrouillen in den zugewiesenen Gebieten verstärken. Die Testergebnisse der Kampfsimulation Samus Aran sind vielversprechend. Die Eliteeinheiten berichten von einer 74%igen Erfolgsquote gegen das Aran-Testprogramm. Das oberste Kommando ist zwar zufrieden, geht aber von einer deutlichen Steigerung der Quote bis zum Ende des Projektes aus. Also ich würde nicht für die Weltraumpiraten arbeiten wollen. Das Kommando will immer mehr. Man hat keinen Urlaub mehr. Man wird für jeden Scheiß bestraft. Naja. Unsere Feinde werden vor der Allmacht unserer Elite-Truppen erzittern. Ja, das denke ich mir auch. Nahrungsabgabe an Teller-Metroids ist strengstens untersagt. Ja, wo man dann selbst zu Futter wird. Vernichtet den Jäger! Vernichtet all jene, die sich uns entgegenstellen! So. Eintrag 11.232.8 Die außergewöhnliche Empfänglichkeit für Phaeson von Elite-Pirat Epsilon hat es unseren Forschungsteam ermöglicht, mit den Infusionen weit über die üblichen Sicherheitsgrenzen hinaus zu gehen. Die Resultate sind ausgesprochen vielversprechend. Die stetige Phaeson-Zufuhr hat zu einer exponentiellen Zunahme seiner Körpermasse geführt. Dennoch hat er seine geistigen Fähigkeiten bewahrt und zeigt ausgezeichnete Fertigkeiten im Umgang mit dem gesamten Elite-Waffenarsenal. Dazu gehören unter anderem Plasma-Flammenwerfer sowie der Chameleon-Mantel, der Tarnzwecken dient. Elite-Pirat Epsilon zeigt Selbstheilungskräfte, die an ein Wunder grenzen. Bei einer Verletzung sucht er Phaeson-Ablagerungen und umschließt sich mit der Substanz. Der Heilungsprozess der Wunden beginnt daraufhin umgehend. Das Objekt, das wir aufgrund dieser Entwicklung in Omega-Pirat nennen, hat das Potenzial, zur neuen Standardeinheit unserer Truppen zu werden. Lediglich die große Abhängigkeit von Phaeson erregt momentan noch Besorgnis. Ja, natürlich. Ja, das können wir als Standard machen. Boss, der Standard kostet ungefähr 90% unserer Monatseinnahmen. Standard haben wir gesagt. Gut. Da oben ist eine Tür, aber ich glaube, an die kommen wir wegen dem Bendetium nicht ran. Kann das sein? Auf jeden Fall machen wir definitiv noch hier Schluss. So. Wir sind noch vier Energietanks runtergefallen. Das gefällt mir gar nicht. Ja, genau das, ja. Bendetium. Gut, ein bisschen mehr. Auch nicht schlecht. Ja, gut. Also, wir haben viele Orte, an die wir zurückgehen müssen, sobald... Hey, die haben wir nicht gescannt. Oh Gott. Machen wir das noch. Durchbrüche von Sicherheitsgrenzen in mehreren Bereichen. Weiterhin findet eine nicht genehmigte Entnahme von Gütern statt. Verhaltensmuster lassen vermuten, dass der Jäger hinter diesen Diebstählen steckt. Alle Lagerbereiche sind ab sofort mit höchster Aufmerksamkeit zu überwachen. Hehehe. Auch Klärungseinheiten sind auf der Suche nach dem Schiff des Jägers. Annahmen des Wissenschaftsdienstes zufolge verfügt es über eine hochentwickelte Tarnvorrichtung, die sich mit unserem Wissenstand nicht aufdecken lässt. Mit an sicher grenzender Wahrscheinlichkeit werden wir seine Position nicht bestimmen können. Wir haben Aran festzusetzen oder auszuschalten. Ein Versagen bei der Umsetzung des vom Kommando erlassenen Dekrets ist durch nichts zu entschuldigen. Naja, das ist aber nicht stark genug. Bereich der Toso-Ruin wird bis auf Widerruf abgeregelt. So, jetzt haben wir, glaube ich, hoffentlich endlich alles gelesen. Und beim nächsten Mal machen wir hier weiter, wohin uns diese Tür führt. Tja, das sehen wir dann. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Ciao.